hallo und herzlich willkommen mein name ist pitwalker ihr seid mit dabei bei einer runde rush hier auf der insel kark live commentary und ich quatsch ein bisserl über xbox 720 und bei den news die ich einfach so aufgeschnappt habe und werde mich wahrscheinlich wieder zu tode ärgern weil ich eine runde habe wo alles pfeifen sind habe ich schon überlegt vielleicht liegt es einfach an mir vielleicht bin ich die über pfeife warum nichts weitergeht ich will ich ich will jetzt von euch keine bestätigung hören nein ich will für euch ich will von euch ist ja nö bitwalker du bist der beste ist einfach nur pech ja xbox 720 habe heute ein bisschen so gelesen es scheint konkreter zu werden denn es werden mittlerweile tester gesucht für die skype applikation die wollen ja irgendwie so ich das mitbekommen habe die na klar die wollen ja so ich mitbekommen habe den chat den es hier so gibt irgendwie mit skype verbinden oder durch skype ersetzen oder irgendwas in die richtung ob das jetzt gut ist oder nicht gut ja auch einmal dahingestellt solange es funktioniert ist mir das eigentlich wurscht worüber das geht muss sagen skype verwende ich ja auch teilweise ist ja kein schlechtes ding komm raus mit der flares raus mit der flares gut dann halt nicht scheiße der versteht schon versteht seinen job ja wollen das ersetzen eben und mein aiming und ja skype startet im chat schauen mal ob das ganze was werden wird die terminisierung zum release ja verteidigt hier irgendwer habe ich wieder da lauter ja ok der release ist ja auch noch ganz als geheimes die einen sagen und meinen dass es irgendwann ende 2013 sein wird gerüchteküche ja gibt es aber es weiß wieder mal kein mensch irgendwas ich bin ehrlich gesagt auch der meinung dass es irgendwas mit 2000 ende 2013 sein wird denn anfangen wird ein bisschen zu früh sein aber aber zum ende hin ja da kommen auch wieder ganz große neue games battlefield 4 wir wissen es zumindest die beta wird da beginnen es kann nicht sein dass sie sagen okay die beta lassen sie noch auf der alten konsole laufen und release ist dann erst mit der neuen ich bin gespannt ich bin der meinung dass es ein paket sein wird so battlefield 4 im paket ach kein spreng mit battlefield 4 im paket mit der neuen konsole unter anderem vielleicht auch wie mit anderen paketen also mit anderen games ja wer weiß ich glaube ihren entwickler von epik hat gesprochen oder hat hat gemeint dass die entwicklungskosten bei den neuen konsolen doppelt so was hey jungs ist da irgendjemand eigentlich das gibt es ja nicht dass die entwicklungskosten doppelt so hoch werden als wie bei den jetzigen games so ich muss jetzt einfach mal hinlaufen wo häng ich denn da was wanderschen ach scheiße nicht schon wieder da einer amirks noch das entschärft da wird sich wieder voller ramba zamba geht es dort die frage ist wie sind natürlich entwicklungskosten dann auf die game preise umwälzen ich könnte mir schon vorstellen das heißt okay next generation konsolen kosten games dann keine 60 70 euro mehr sondern 80 90 100 euro kann ich mir schon vorstellen also da dürfte man schon ein bisschen auf etwas gefasst machen dass da eine preissteigerung kommen wird befürchte ich fast weil ich weiß natürlich nicht der kann es nicht bestätigen und nix also das ist rein nur hallo es gibt es ja nicht da hocke ich da die ganze zeit also das kann man schon vorstellen dass da vielleicht was kommt ich hoffe es natürlich nicht ist eh klar wir alle wissen es games werden jede menge angeboten es gibt viele spiele viele spiele die das ähnliche genre abdecken und somit auch ähnliche interessenten haben und mir geht es ja auch momentan so wie gesagt da haben wir jetzt die sonnard da haben wir da haben wir die sonnard da haben wir halo da haben wir ja weiß der teufel was noch nicht alles far cry was es kommen wird hier kann ich bitte mal einen kill haben das gibt es ja nicht ja na klar ich will einen kill ich will einen kill machen hallo nicht du mich ich will einen kill machen ich habe noch null null zu drei alle alle ja also das sind wirklich spiele en masse und und ja natürlich will man die alle haben und ich bin einfach so ich kann nicht warten wir nehmen so immer vor ja warten wir mal und so weiter und so fort und schauen wir mal ja wie ist das ja selber auch wie ist es leck mich doch und dann ist es soweit und ja dann läuft man doch zum markt seines vertrauens und holt sich einfach das game also das ist einfach so und ja puh das geht einfach ins geld man ich arbeite ich verdiene meine kohle ja gut momentan ist meine frau in karenz ihr wisst ihr das heißt ich verdiene alleine ja und dann wird es dann schon auch zum überlegen sagt ja 70 euro bitte das ist ein haufen geld um 70 euro kann man schon gut einkaufen gehen und sich mit essen versorgen ja und der junior braucht natürlich auch sein zeug so wie ist denn der blöde hede ja das ist abgestürzt das ist mal schön naja ich bin da 50 punkte das war kein kill aber 50 punkte also von dem her gesehen ja ist auch für mich jeder jeder sehnt noch jeder sehnt ist ein bisschen übertrieben aber jeder euro den ich nicht ausgeben muss eine gute sache entschärfst du da vorne oder net oder wie gut na du entschärfst nicht dann lauf ich mal hin ach diese abrahams da so jungs aber wir haben eine minimap auf dem server scheiße dann hätte ich gesagt nein ich die haben das c4 mit der minimap kannst du das vergessen weil die dann natürlich entsprechend das auf dem umfeldscan sehen apg war ein thema wenn ich apg mitnehmen kommt der hubschrauber also jetzt ist eh wieder verloren da ist der panzer wieso sprengt denn eigentlich keiner wieso steht ihr euch schon seit einer ganzen runde da oben und keiner ich habe jetzt nichts mit geminen ja warte mal eins kann ich probieren mit den minen pass auf minen hinlegen jetzt werde ich weg ist ja klar jetzt kommt der chip ist ja auch klar ah das war keine gute idee das war keine gute idee ah der sieht mich der sieht mich der leck doch jetzt ist ja wahnsinn so ja ja eindeutig chevalentime ja games wie gesagt das zeug kostet alles heitengeld ja was die neue konsole kosten ist ja auch ein thema wird es wird es was ja man was hat es die xbox 7 2 xos 360 gekostet wie sie gekommen ist hat sie gekostet was waren es 400 euro oder irgend sowas oder also der killt mich jetzt noch der killt mich jetzt noch nachbar mit den letzten schuss habe ich erwischt mit der letzten kugel softflame hat keiner dabei eh klar nee das war auch ein teamplay nötig brauchen wir nicht ja also ich schätze schon noch dass die neue konsole dann wahrscheinlich wird das neue connect dann schon dabei sein kann ich mir vorstellen also das wird dann schon 4 500 euro werden wir schon ablöhnen können also da würde ich schon damit rechnen dass wir ordentlich geld abdrücken natürlich mit der aktuellen technik und wenn wir schauen was die pc ist jetzt schon grafischer grafisch schaffen und die neue konsole die kommt die muss da einfach nicht nur aufsetzen sondern gleich was drüber stellen weil die konsole haben wir wieder etliche jahre und ja da wird es einfach nötig sein dass die da ordentlich ran klotzen und das ist wirklich eine spannende sache glaube ich Hallo Hallo gehst du down Na klar Schon wieder dasselbe der habe ich glaube ich schon fünfmal erwischt oder der inox oder war das nicht ja viermal na bitte wir gratulieren mit der kh2 002 Noob knabe Egal Egal So igler Ich bin wieder auf Hele jagt Ist überhaupt ein Hele da? Nö Ist keiner da dann Ach man, wo bin ich denn da? RPG Ist ein Hele, ich hör ihn doch Igler Ah, schon wieder mit diesem blöden Fallschirm da Komm, schalte auf EZM, das EZM sollte an und für sich bei aufgeschalteten Raketen nicht wirken Also das wäre halt logisch Aber gut So hast du halt überhaupt keine Chance gegen einen Hubschrauber mehr Wenn der das wirklich beherrscht natürlich, das ist ja auch klar Jeder kann mit dem Zeug auch nicht umgehen Aber es gibt ein paar, die es wirklich können Muss man eingestehen Ja Und ich laufe am Arsch Wo ist denn der mit seiner Spawnbag? Das ist... Sorry, solche Spieler kotzen mich einfach an Erstens fehlt das eindeutig unter Spawncamping Ja, ich weiß eh, ich will das eh nicht Ich mache das ja nicht absichtlich Leg mich doch, hab mich doch gern Ja, ich wollte gerade sagen, der trifft mich jetzt sicher irgendwie Was haben wir jetzt? 0 zu 10? Nö, 1 zu 8 Yeah Und wieder eine nächste Fail-Runde Ja, ich würde schon langsam glauben Ich bin wirklich eine Pfeife Vielleicht bin ich sie auch So, weg Nichts, Spawnbag Nein So, und jetzt packe ich mal da die Abitsche an Was soll's Und es ist wie alles scharf da, oder? Jetzt fühlt sich aber auch keiner zuständig für irgendwas So, was ist da jetzt? Da drüben wir mal eine Granate reinschmeißen zur Deckung Ja, und ich bin der Einzige, der sich drum kümmert, oder? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann Ja, da sind wir auch schon bei der letzten Station Wo ist der? Ja, Xbox, wie gesagt Wenn wir mal schauen, was da Ja, lassen wir uns überraschen Ich bin schon gespannt Also, wenn der Release wirklich ist Ich weiß es nicht Ich hoffe ja nicht zu spät, denn unsere Konsole Ist ja schon uralt Obwohl irgendjemand mal gesagt hat, dass die Konsolen Laufzeit eigentlich länger sein sollte oder länger sein müsste Ja, ich sehe das mal irgendwie anders Weil irgendwann will man einfach was Neues haben Sorry, und Gerade im Zeitalter von Also, im Bereich Computer und Technik und so weit Ach, leckt mich doch schon wieder der Das gibt's ja nicht Da ist es einfach so, dass Äh, dass das einfach so schnell läuft Und da geht einfach alles ratzfatz 100 Services auf der KH Ähnlich habe ich das Akku hier drauf Ist natürlich im Indoor ein absolut blödes Visier Was soll, soll es da unten bleiben? So, mal schauen, ob der ein Panzer mal herumfährt Eine Granate habe ich gehört Woher? Ja, ich sehe es schon wieder kaum Ich schaue da blöd raus Und auf einmal kommt einer um die Ecke Und baff, bin ich jetzt schon wieder da Irgendwo sterben die Kollegen Was ist denn da wieder los? So, wo seid ihr denn? Nein, ich will das gar nicht so genau wissen Ganz ehrlich gesagt Bleibt mir nur leer fern Ah, sehr klar Da kommt jetzt einer Amtrak ist eine ganz böse Geschichte natürlich Ah, geh in Deckung da, Hansl Das Amtrak ist ein Wahnsinn Was die aushalten Ah, hab einen erwischt Ja, der Enoch Ja, genau Aber es ist schon wieder nach oben, oder? Ja Wer schießt denn auf mich? Ah, Mann Nicht zu sehen Ja, ah, ist glaube ich, glaube ich, glaube ich Gleich gelaufen Oh, Hilfe 43 Wie viel habe ich es draufgeschaut? Zwei oder drei RPGs Ja, auf jeden Fall zu viel Wo spawnten? Er schon wieder Ei, ei, ei Ja, auf jeden Fall verlieren wir 114 Tickets nachher, da haben wir keine Chance Egal Für so eine spontan offizielle Uah, jetzt haben die unseren Panzer geklaut Ah, super Der nächste Fail Das ist ja unglaublich Ja, was soll ich mir so sagen? Was willst du machen bei solchen Runden? Da kannst du nichts machen Dann kannst du einfach nur sagen, scheiß drauf Und spielst das fertig Machst du aber Punkte und suchst dann auch einen anderen Server, oder? Was willst du sonst tun? Da kannst du nichts anders machen Wenn du Teamkollegen hast, denen alles andere wichtig ist Jetzt drehe ich mal da rüber mit einem blöden Fallschirm Zack Ah, daneben Ah, nicht einmal Von oben drauf Das ist ja fast schon Chavelin-Technik Ah, ich weiß nicht, was er nicht gesehen hat Was frage ich da auch? Ja, es wird auf jeden Fall spannend, was uns nächstes Jahr erwarten wird Also ich bin fest überzeugt, was es nächstes Jahr sein wird So zum Weihnachtsgeschäft wieder Ne, ihr braucht nicht entschärfen gehen Ne, bleibt oben liegen Brauchst nicht entschärfen gehen Ist ja wurscht Jo, das war's von meiner Seite Ein bisschen gequasselt über dieses und jenes Wir hören uns Uah, 4 zu 12 Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal Ich wünsche euch was Tschüss, ciao Euer Bitwalker Wir sehen uns beim nächsten Mal Wir sehen uns beim nächsten Mal Wir sehen uns beim nächsten Mal Vielen Dank.